Ja die Küche ist ab und zu auch mal meine Malküche. Alles halb so schlimm. Für uns gemalt. Das Bild, da muss der Raum noch weiß werden. Das ist der Leuchtturm. Naja, das ist noch nicht fertig hier. Aber, und das ist geil, wir schauen da auf den Feldberg. Da ist alles weiß. Da oben liegt der Feldberg. Alles weiß.